und hallo liebe freunde hier ist wieder euer foxy ich habe hier ein spiel gefunden ist nur eine demo ich werde davon ein kleines video machen das nennt sich hotel renovator also kann man hier wohl ein hotel renovieren und das ist gerade so auf 7 grad neues demo also ich würde einfach mal neues spiel antippen mal schauen was dabei rauskommt gute qualität im moment oder folge war doch mal ganz gut das wird wohl ein hotel sein der denn da ist die natürlich von außen ziemlich aus okay hier land ich dann wohl so machen wir einfach mal weiter wir wollen ja das spiel einmal ein bisschen sehen jetzt wird hier geladen loading 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 bitte warten bitte warten das wird wohl mein hotel sein wieso sind hier eigentlich luftballons wenn das denn so dreckig ist helium hält sich normalerweise nicht so lange in einem luftballon natürlich ist das englisch und jetzt werde ich natürlich informationen kriegen hier hier habe ich jetzt gibt es mir auch ein ei oder so ich kann es hier verschieben jetzt ist natürlich die frage wohin ich das machen soll aber ich muss auch mal was versteht klickt so hier so der kann dann schreibt er mir was ich kann es rotieren und es geht oder zu unterhalt zurücksetzen hier kann man das ok aber ich würde gerne wegschmeißen wollen rotieren kann ich hier mit q und e wenn ich unbedingt wollte aber wer will denn die lappen schon haben so ist das schicken was machen was soll ich mit den schicken machen so raus ist das ding willkommen zu hotel renovator demo version steht natürlich drauf sehr schön ist hier noch was drin oha hier muss man alle zimmer höchstwahrscheinlich fertig machen ich kriege jetzt hier natürlich irgendwelche informationen erst mal 20.000 kröten habe ich muss natürlich aufgeräumt werden ich gehe mal ganz kurz gucken kann ich nicht kann ich hier nicht reinschmeißen ok wird ja wohl auch nicht aus dem fenster werfen müssen oder vor obendor der geht nicht also rum 101 wo haben wir 101 muss ich mal ganz kurz gucken ne 102 101 öffnen wir das doch mal haben wir hier erfolgt oha was haben wir hier schöne kleiderbügel können ein bisschen an anstrich gebrauchen glaube ich wir müssen ein bisschen gefäumt werden stuhl ist völlig im ahr eine mülltonne naja kommt die betten kann man auch gebrauchen oder man kann das jetzt so alles ein bisschen verschieben wenn das möchte aber ich gehe mal von außen renovierte flur 100 prozent was ich komme jetzt gar nicht raus oha badezimmer ich habe hier eine markierung kann ich hier vorn auch öffnen nein natürlich nicht gut wo doch mal hier ein bisschen was seitdem hier 100 prozent dass man hier erledigen alles weg damit wie weit kann ich alles wegnehmen fußbohren war eigentlich nicht heizung lieber kaputt vor habe ich schon die betten auch kommen die kann auch gebrauchen ein paar pizzaschachteln hier fliegt alles in die Fetzen was ich das eigentlich machen hier hier ah aufholen sehr schön oha läuft haut die wand die ein reiß die hütte ab aha geht mit einem schlag sehr schön jetzt ist nicht nur renoviert sondern sieht auch gleich toll aus schön weiß und so und das bild will ich jetzt eigentlich gar nicht das sieht noch gut aus schauen ob ich das lassen kann hier geht bitte sowieso schon alt so was haben wir denn hier noch hier ist noch eine das noch weg die wand noch weg schränkchen noch weg oha hier muss auch noch bisschen was so hundertprozent jetzt habe ich das eine eigentlich ein schönes spiel wie immer halt wieder renovieren und so ein kram das kriege ich hier nicht weg ist natürlich alles dreckig oh hier habe ich noch ein bisschen fußbohen hier ich habe ich noch irgendwas übersehen 99% irgendwas fehlt hier noch ein teil muss noch fehlen aha hier unten fertig so die lampe kommt auch noch weg so jetzt kann theoretisch tapeziert werden da oben ist noch was aha das soll wohl nicht gemacht werden ähm und halt ein besen nehmen wenn ihr den nehmen werdet so staubsauger ist jetzt eigentlich eher die staubsaugen jetzt muss aber ein guter staubsauger sein du der die ganzen groben steinreste absaugt sehr schön ich habe noch was übersehen guck dir das an schön fertig das ist perfekt so cool jetzt habe ich hier schon wieder andere sachen jetzt darf ich mir hier was aussuchen wa was ist eine kurva wo jetzt sagen wir nicht painting hallo mit stift und im verarschen das wollen wir auch gar nicht sagen wir ich will ich will ich will ich will ich will mit wir machen das richtig alt button mal gucken ob das geht ne das wollten die aber nicht gehabt haben oder so dran ist er doch 2% sehr schön und so macht man sich dann halt eben alles wieder schön fantastisch schön toll hier kann man einfach rein klicken einfach machen das machen wir alles heutzutage mit bleistift finde ich toll mal so soll es doch sein jetzt wird das hier angebracht so ungefähr würde das ganze im kunde aussehen ja mal schauen ja mal schauen ich will das hier ab hier erstmal unterbrechen und mal schauen ob ich das vielleicht erst irgendwann mal mit dem live stream machen kann um das vielleicht noch ein bisschen besser zu ausführlichen aber auch das müssen wir uns erstmal sehen bis dann erstmal bis zum nächsten mal immer dran denken Leute ne wir sind nicht fixe und die Foxys und Game Over